Die Messe ist gestartet und wir freuen uns schon über zahlreiche Besucher hier bei uns am Stand. Und die Gelegenheit habe ich natürlich mal genutzt, nachzufragen, wie ist denn so der erste Eindruck? Wie gefällt es unseren Gästen hier? Welche Produkte und Innovationen interessieren sie besonders? Und natürlich lohnt es sich, bei uns vorbeizuschauen. Mein erster Eindruck hier war sehr positiv. Man kommt hier rein direkt, es warme Licht, man sieht Natureinblicke, das Grüne überall und so ist mal was ganz anderes. Und normalerweise ist alles immer sehr clean und steril und es hebt sich ab von allem. Ja, ich bin hergekommen wegen dem Thema Nachhaltigkeit und Recycling, was mir sehr wichtig ist. Und jetzt wollte ich mich noch zum Thema Farben informieren. Ich würde jedem, der auf den Messes empfehlen, jetzt vorbeizukommen. Die Explonate sind super ausgestellt, die Beratung hier ist super kompetent und die Atmosphäre auf dem ganzen Stand ist einfach toll.